Im Dezember 1799 verschwindet die junge Juliëlle Massens aus New York spurlos. Einige ihrer persönlichen Dinge werden im neu errichteten Manhattan-Brunnen gefunden und am 2. Januar 1800 werden auch ihre Überreste aus dem Brunnen geborgen. Ihr Partner Levi Weeks, den sie in der Nacht ihres Verschwindens heimlich heiraten wollte, gerät unter Verdacht. Durch seinen Bruder Ezra Weeks, einen der bekanntesten Bauunternehmer New Yorks, kann er sich drei teure Anwälte leisten. Zeugen haben Levi in der Nacht mit Sands gesehen und weitere Zeugen haben ihn kurz zuvor gesehen, wie er den Brunnen vermessen hat. Trotzdem wird er freigesprochen, nachdem die Jury sich nur fünf Minuten lang beraten hat. Die Bevölkerung ist sehr unzufrieden und Levi muss New York verlassen, da er von allen geächtet wird. Er wird daraufhin erfolgreicher Bauunternehmer in Mississippi, heiratet und hat vier Kinder. Seine Schuld ist bis heute umstritten. Es gibt einen weiteren Verdächtigen, doch niemand wird in dem Fall je verurteilt.